Jeder wuchs in einem Zuhause auf, in dem es mindestens eine Puppe gab, von welcher man dachte, dass sie einen beobachten würde, wenn auch immer man den Raum betrat. Möglicherweise wechselte sie die Position, sobald du dich umgedreht hast, oder die Puppenaugen folgten dir. Du hast dich wahrscheinlich gewundert, ob die Puppe wirklich lebt oder ob sie überhaupt einem Familienmitglied gehört. Hier sind nur einige Beispiele von Situationen, in welchen Menschen auf der ganzen Welt komische Dinge mit verfluchten Puppen erlebten. Obwohl wir nicht versprechen können, dass eine dieser Porzellanpuppen Chucky's Braut ist, können wir dir versichern, dass es alles andere als ein Kinderspiel ist. Annabelle Wir beginnen einfach mit einer der bekanntesten Fälle von verfluchten Puppen. Die Geschichte über die Puppe Annabelle wurde zum ersten Mal in dem Hit-Horrorfilm The Conjuring im Jahr 2013 gezeigt und dann noch einmal in dem separaten Film Annabelle ein Jahr später. Die Geschichte beginnt 1970 mit zwei Studenten und einem Mädchen namens Donner, welche gerade auf der Krankenpflegeschule begann zu studieren. Während Donners Mutter einkaufen ging, stieß sie auf eine große Puppe und dachte sich, dass diese Donner womöglich für ihre neue Wohnung gefallen könnte. Also kaufte sie die Puppe. Donner war glücklich über das Geschenk und bis zu diesem Zeitpunkt war alles normal, aber das hielt nicht lange an. Zu Beginn gab es nur kleine, komische Vorfälle. Die Puppe würde ihre Positionen wechseln oder aus keinem Grund von der Couch fallen. Zum ersten Mal bekam sie richtig Panik, als ihre Mitbewohnerin sagte, dass sie Annabelle in ihr Zimmer gab, bevor sie ging, um den Müll nach draußen zu bringen. Als sie wenige Minuten später zurückkam, saß die Puppe auf der Couch. Die Situation kam ihr komisch vor, aber sie dachte sich, dass dies nur eine Erinnerungslücke sei. Ihre Angst entwickelte sich, als sie Notizen in der Wohnung fanden, welche mit Kreide geschrieben wurden. Auf ihnen stand, hilf mir. Als die Mädchen die Wohnung gemeinsam verließen und wieder nach Hause kamen, fanden sie einen Zettel mit, vermisst ihr mich, darauf geschrieben. Und die Puppe saß auf der Couch mit einer roten Kreide neben ihren Füßen. Sie bekamen Panik und warfen die Puppe in den Müll. Kurz darauf saß die Puppe wieder vor ihnen und starrte sie an. Sie kamen gemeinsam auf den Entschluss, dass die Puppe von einem Kindergeist heimgesucht wird. Gemeinsam beschlossen sie, dass es das Beste für sie ist, wenn sie dies einfach zulassen. Und sie hofften dabei, dass sie somit aufhören würde, sie zu quälen. Dabei lagen sie jedoch falsch. Als sie das gemeinsam beschlossen haben, wurde es um das Zehnfache schlimmer. Einer von Donners Freunden übernachtete eines Tages bei ihnen und er machte eine Bemerkung über die Puppe in gutem Humor. Am nächsten Morgen wachte er mit einem blutigen Shirt und Kratzern auf seiner Brust auf, welche definitiv nicht von einer wilden Nacht in der Kiste kamen. Einige Tage später betrat er das Schlafzimmer alleine und er behauptete, dass er Annabelle am Boden sah und dass sie vor seinen Augen begann zu schweben. In wenigen Momenten bewegte sich die Puppe auf ihn zu und versuchte ihn zu erwürgen. Das war der Auslöser, welcher die Mädchen dazu brachte, Hilfe von dem paranormalen Experten Adam Lorraine Warren, einem Paar, welche bekannterweise das Amityville Horrorhaus untersuchten, zu holen. Das Paar sagte, dass der Geist, welcher sich in der Puppe befinden würde, nicht von einem kleinen Kind stammen würde, sondern von einem Dämon, welcher sich somit Zugang in die physische Welt erschaffen wollte. Es war ihnen nicht möglich, den Dämon loszuwerden, und somit sperrten sie die Puppe in ein Museum, sodass dieser nicht noch weitere Menschen auf der Welt quält. Juliet Ein Fluch, welcher von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie ein Kahlkopf unter den Männern der Familie, nur ein wenig düsterer. Die Geschichte von Juliet der Puppe stellte sicher die Haare am Nacken auf. Es gibt eine Familie, welche unter einem Fluch seit vier Generationen steht. Dabei handelt es sich um einen Fluch, welcher das männliche Kind der Familie innerhalb von drei Tagen nach dessen Geburt tötet. Der Fluch begann, als eine schwangere Frau eine Puppe von einem eifersüchtigen und rachsüchtigen Bekannten geschenkt bekam. Es wurde gesagt, dass die Frau Zwillinge bekommen sollte, ein Junge und ein Mädchen. Die beiden waren gesund, aber eines Morgens wachte die Mutter auf und fand den Jungen steif und leblos in seinem Kinderbett auf. Ärzte konnten keine Todesursache feststellen, also wurde es auf SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, geschoben, welcher durch Gehirnanomalien ausgelöst wird. Die traurige Mutter machte weiter, wie es eine Mutter nun mal tut, aber sie gann beunruhigendes Lachen eines körperlosen Kindes zu hören, als sie ihr verbliebenes Kind in den Armen hielt. Sie suchte das Haus nach dem Geräusch ab. Als sie in den Raum ging, aus welchem die Geräusche kamen, sah sie die Puppe Juliet in einem Stuhl schaukeln, ganz von selbst. Und sie kicherte dabei. Sie wusste nicht, was sie denken sollte, aber andere sagten ihr, dass sie nur fertig sei, weil sie kürzlich ihr eigenes Kind verloren hatte. Sie glaubte ihren Freunden und ihrer Familie und machte weiter, bis sie bemerkte, dass das Lachen nicht aufhörte und sie zusätzlich noch Schreie eines Babys hörte, obwohl ihre Tochter tief schlief. In großer Sorge kontaktierte sie den Priester, welcher ihr sagte, dass sie nur verletzt sei und mit ihrem Leben weitermachen sollte. Niemand glaubte die Geschichte der Mutter über eine gackernde Puppe. Dann versuchte sie, die Puppe einfach loszuwerden, aber diese kam immer wieder zurück und das Lachen wurde lauter und lauter. Sie hatte Angst, ihren Verstand zu verlieren, bis ihre Tochter eines Tages alt genug war, um die Geräusche wahrzunehmen und sie fragte ihre Mutter, warum lacht Juliet? Zu diesem Zeitpunkt bestätigten sich ihre Ängste. Nach einer langen Zeit starb die Mutter und ihre Tochter gründete eine eigene Familie. Wie ihre Mutter bekam sie Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Wieder einmal starb der Junge am dritten Tag und die Puppe machte weiter mit ihren Kichereien, aber dieses Mal in einer anderen Tonhöhe und manchmal hörte man auch zwei Stimmen. Dieser Teufelskreis hielt noch für weitere zwei Generationen an, bis zum heutigen Tage. Der momentane Nachkommen und Puppeninhaber hat Babysitter, welche das körperlose Lachen im Haus bereits hörten, während sie auf das Mädchen aufpassten. Niemand weiß, ob der Fluch je enden wird und niemand weiß, wie dieser gestoppt werden kann. Okiku Es wird gesagt, dass es gleich nach dem Ersten Weltkrieg ein junges Mädchen namens Okiku gab, welcher in einer japanischen Stadt lebte. Der 17-jährige Bruder des zweijährigen Mädchens kaufte Okiku eine Puppe als Souvenir, während er eine Marineausstellung in der Stadt besichtigte. Die Puppe hatte kurzes, schwarzes Haar, war in aufwendiger Kleidung gekleidet und hatte unschuldige, schwarze Augen. Die Schwester liebte die Puppe und sie spielte damit, so oft sie nur konnte, bis sie an einer Erkältung starb. Die Eltern beschlossen, dass sie die Puppe im Haus behalten würden, als Erinnerung an ihre Tochter. Sie sollte als nette Erinnerung an ihre Tochter dienen, bis die Familie bemerkte, dass das kurze Haar der Puppe immer länger wurde und durch die Jahre wuchs. Als sie die Puppe untersuchten, stellten sie tatsächlich fest, dass das Haar wuchs. Sie wollten das Haar schneiden, aber es wuchs immer weiter. Die Familie musste umziehen und sie brachten die Puppe in einen Tempel, wo sie sich heute noch befindet. Der gruselige Teil daran ist, dass es wissenschaftlich bewiesen wurde, dass das Haar von einem jungen Mädchen stammt. Robert die Puppe Eine der bekanntesten Puppen in der Geschichte von besessenen Puppen ist Robert die Puppe. Sie diente als Inspiration für den 1988 Film Chucky die Mörderpuppe. Während eine messerschwingende Mörderpuppe angsteinflößend klingt, ist die wahre Geschichte nicht so gewalttätig, dafür doppelt so beunruhigend. Die Puppe erschien zum ersten Mal im späten 19. Jahrhundert in der Otto-Familie und die Puppe selbst gehörte dem künftigen Maler Robert Eugene Otto, welcher den Namen Gene bevorzugte. Die Otto-Familie stellte ein haitisches Dienstmädchen ein, um nach Otto während des Tages aufzupassen. Das war, bis die Frau das Dienstmädchen sah, schwarze Magie in deren Garten spät in der Nacht durchzuführen. Bevor sie gezwungen wurde, dessen Grundstück zu verlassen, gab sie dem jungen Gene Otto eine Puppe, welche er Robert nannte, nach sich selbst. Jeans Eltern dachten, dass das Geschenk harmlos genug sei, bis sie bemerkten, dass die Puppe von selbst den Raum wechseln würde, ohne dass sie jemand woanders hingab. Sie schrieben dies als komischen Zufall ab, aber nur für kurze Zeit. Die Eltern hörten ihn oft mit Robert der Puppe reden, während er in einem anderen Zimmer spielte, aber eines Tages hörten sie eine Stimme, welche ihm antwortete. Zuerst glaubten sie, dass er damit anfing, seine eigenen Stimmen vorzumachen, bis sie eine dämonenartige Männerstimme hörten, welche zu ihrem Sohn sprach. Sie rannten in das Zimmer und fanden Gene alleine mit der Puppe auf, als wäre nichts passiert. Sie fragten ihn, mit wem er sprach, und er sagte ganz einfach, Robert, während er auf die Puppe zeigte. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Interaktionen zwischen Gene und der Puppe immer weniger freundlich. Er fand seine anderen Spielzeuge kaputt auf, aber Robert schien ganz zu sein. Die Mutter fand ihren Sohn auf, keine netten Konversationen mehr mit der Puppe zu haben, und sie fand ihn einmal in einer Ecke stehend auf. Nach zahlreichen gequälten Befehlen entschieden sich die Eltern, Robert von Gene wegzunehmen, und sie gaben ihn in eine Box, welche sie abschlossten. Zeit verging und eine neue Familie zog in das Haus ein, und ein anderes Kind fand Robert auf dem Dachboden auf. Auch dieses Kind hatte eine gruselige Beziehung zu der Puppe. Die ängstlichen Eltern fuhren zu einem lokalen Polizisten, welcher sich mit den Eltern traf und eine weitere lächerliche Geschichte über Geister und Dämonen erwartete. Er sagte, dass er später zu ihrem Haus kommen würde, um einen Blick darauf zu werfen. Als er beim Haus ankam, wartete er in der Einfahrt auf die Familie. Als er dort saß und auf die Ankunft der Familie wartete, sah er etwas Komisches im Fenster, im ersten Stock des Hauses. In dem Fenster sah er die Puppe, welche ihn anstarrte. Als er zurückstarrte, bewegte sich Robert die Puppe und verschwand vom Fenster. Der Polizist beschloss, nicht mehr länger auf die Familie zu warten und rammte die Türe ein, da ein Einbrecher vermutete. Zu seinem Schrecken fand er nur die Puppe sitzend am Ende der Treppe auf, dieselbe Puppe, die er gerade noch am Fenster sah. Sie wurde in ein Museum gebracht, nachdem sich die Familie weigerte, diese weiterhin zu behalten. Man könnte sagen, sie wurde zu einer lokalen Berühmtheit. Es wird gesagt, dass elektronische Geräte in der Nähe der Puppe nicht funktionieren. Wenn du versuchst, ein Bild von Robert zu machen, ohne ihn davor zu fragen, dann mag dich möglicherweise das Unglück des Dämons quälen. Die Puppe kann immer noch im East Martello Museum in Key West besichtigt werden, obwohl es bestimmt weniger angsteinflößende Dinge gibt, welche du in Key West machen könntest. Das waren ein paar verfluchte Puppen aus der ganzen Welt. Lass uns in den Kommentaren wissen, welche weiteren besessenen Puppen du kennst. Wenn es jemals ein Hausbrand gibt, dann weißt du, auf wen du es schieben musst und wen du auf jeden Fall nicht retten solltest. Wenn es jemals ein Haus ist,